so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum morning meeting heute gemeinsam mit markets am donnerstag den 26 8 2021 wie gewohnt wollen wir uns einen blick auf die märkte gönnen und auch den kurzen flasch im dax unter die 15.800 marke vielleicht einordnen der natürlich mittlerweile komplett zurückgekauft worden ist neue tageshochs 15.800 level ist zurückerobert worden allerdings muss ich ehrlich gestehen ich befürchte dass das schon das höchste der gefühle an volatilität querstrich action dynamik für den heutigen handelstag ist wir haben morgen freitag den 27 8 um 16 uhr unserer zeit dann das schlüsselevent dieser woche mal schauen ob der dax darauf überhaupt so reagiert oder ob wir nicht eventuell schon jetzt beginnen sollten uns mental darauf vorzubrennen dass die volatilität sofern sie überhaupt einsetzen sollte das natürlich die grundvoraussetzung infolge irgendwelcher rhetorischen andeutungen von jay paul in jackson hole bezüglich taper und dergleichen dass das eventuell dann sich auf die nächste woche vertagt dass wir vielleicht einen relativ volatilen wochenausklang dann sehen in us equities aber dass dann eben die hauptwola eben tatsächlich das hauptvolumen erst in der kommenden woche wirklich in den markt kommt aktuell ist es auf jeden fall einmal so dass der markt so ein bisschen den eindruck vermittelt vielleicht die ruhe vor dem sturm zu sehen ja wir hoffen natürlich in gewisser form wenigstens dass mal einen etwas ein etwas stärkerer wind eine böe irgendwie mal über die märkte fegt wenigstens etwas also ein sturm muss es ja nicht gleich sein aber ausgehend von gestern zum beispiel im nestag beziehungsweise in queues haben wir gesehen dass es ein unglaublich niedriges volumen eben tatsächlich gab und das ist natürlich etwas was darauf hindeutet dass die markte immer sich mehr und mehr zurückzunehmen scheinen wahrscheinlich in antizipation auf jay paul mal schauen morgen werden die karten neu gemischt gold konsolidiert unterhalb von 1800 us dollar da werfen wir auch einen blick natürlich drauf hauptsächlich sicherlich begünstigt durch diesen jetzt leicht anziehenden us-zins vielleicht sieht man da eine kleine bullischere tendenz dann wie gesagt morgen durch die taper spekulation gibt dann auch schon mal so eine vorahnung was sollte so was überraschenderweise muss man mittlerweile sagen wahrscheinlich sollte so etwas kommen was das für gold nach sich ziehen könnte kurzer blick dann natürlich auch für bitcoin in diesem zusammenhang ja also wir haben auf jeden fall einige märkte die wir heute beackern wollen beziehungsweise einen blick drauf werfen wollen zunächst allerdings hier einmal der risikohinweis die visen und cfds sind komplexe handelsinstrumente auf margin und gehen wegen der hebelwirkung mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren der hebeleffekt im trading der kann für aber auch im gegenein wirken ausgehend von seiner persönlichen risikoneigung entscheide man dann bitte ob sich der handel mit diesen produkten für einen eignet beginne mit dem demokonto früher oder später eventuell der switch in richtung live vollständiger risikohinweis auf markets.com.de dort auch alle weiteren informationen rund um die darüber hinausgehend von markets angebotene produktpalette seien es physische aktien seien es etfs also multi asset brokerage eben in diesem zusammenhang invest lösungen findet man dort ebenfalls neben diesen für das primär daytrading geeignete gehebelte handelsspektrum gerne kontaktiert mich wenn ihr fragen zu den märkten habt postet die fragen gleich unterhalb dieses videos falls ihr das jetzt auf youtube eben seht postet die gerne bei mir im forum auf der webseite www.com.de kontaktiert mich gerne über twitter schickt mir gerne ein e mail da gibt es auf jeden fall diverse möglichkeiten zusammenzufinden und dann switchen wir einmal hier rüber in die markets x handels platform wie ihr seht da dieser kurze push auf der unterseite ich muss ehrlich gestehen dieses abrollen hier was gestern stattgefunden hat war ein bisschen überraschend denn diese schwäche in anführungsstrichen oder dieser dieser abgabedruck ja alles sehr 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 große worte für das was wir da sehen also er eine drifte ehrlich gesprochen spiegelt sich in us equity zum beispiel gar nicht wieder in keinster weise was wiederum unterstreicht vielleicht dass es sich hier um einen eine potenziell wirklich relative relative schwäche im dax eben tatsächlich handelt ich schreibe mal ganz kurz hier markets x für die plattform falls die frage aufkommen sollte wo man sich diese besorgen kann einmal hier auf den link klicken moment wo haben wir sind suchen und suchen und suchen da also hier ist einmal der link so auf der webseite ich räume hier ganz kurz mal die präsentation aufschaut mal eben über alle kanäle an sl das ist ein kürzel hier bei youtube du hattest gestern noch eine frage gestellt die ich jetzt nicht mehr zusammen bekomme aber dass ich habe die erst gesehen nachdem ich das event schon beendet hatte könntest du dir noch mal wiederholen ich glaube das ging um irgendeinen markt wo man blick drauf werfen sollten den wir nicht nicht angeschaut hatten also wenn du das noch mal ganz kurz posten könntest welches welcher markt da für dich von interesse war das wäre super nett dann könnten wir da gleich relativ zügig darauf eingehen tatsächlich guck mal hier ganz kurz noch auf twitch wird auch alles gestreamt hier wird auch alles gestreamt phänomenal sehr gut also technik steht ja also blick auf den wie gesagt blick auf den dax und die die performance die wir jetzt hier zu sehen bekommen wie gesagt das war überraschend ehrlich gesagt dieser abgabedruck der jetzt nicht damit gerechnet ehrlich gesprochen baba vielen dank jetzt weiß ich wieder jetzt habe ich wieder genau baba beziehungsweise alibaba genau die hatten ja diese diese potenzielle bodenbildung gesehen und dergleichen da werfen wir einen blick drauf machen also hier wie gesagt der abgabedruck das überrollen wir hatten es gestern zum thema gemacht schon bereits dieses überrollen hier welches vielleicht noch mal die 15 8 in den mittelpunkt des geschehens rücken könnte ja diesen bereich und in der tat drifteten wir dann sehr sehr saft und kraftlos im übertragenen sinne in richtung dieser dieser region job dann durch entsprechende eher bierische vorgaben aus den asiatischen märkten jetzt in richtung wirklich dieses bereich erreichen die also driftet nicht nur in diese richtung sondern erreichen diesen bereich und dann kam es eben hier kurz nach der kasse eröffnung beziehungsweise eigentlich schon ab acht eigentlich kam es zum kurzen flasch wie gesagt auf der unterseite der uns dann in richtung auch des nächsten potenziellen groß ziels um 15.700 punkte führte und ja nunmehr nunmehr sehen wir allerdings dass wir sofort in diesem bereich wieder käufer in den markt kommen sehen und entsprechend wie so ein v hier an der stelle eben ein zeichnen und entsprechend eben ein bounce auch zurück über den ema 50 hier auf fünf minuten basis sehen was dann wiederum für den intraday handel hier am dazu beiträgt dass wir den switch eben von short intraday zunächst jetzt wieder auf long tatsächlich vollzogen beziehungsweise vor dem hintergrund dieser dieser price action hier eher der modus wahrscheinlich als neutral eingestuft werden sollte und das was ich eben meine im hinblick auf die auf die price action die wir die wir jetzt hier zu sehen bekommen haben wie gesagt das ist wahrscheinlich schon das höchste der gefühle weil wir nämlich parallel dazu dann mit den us märkten nur schwer jedenfalls mit ausblick auf jackson hole querstrich auf die ausführung von jay paul dort morgen eben entsprechend nur schwer uns vorstellen können dass wir dort vorher starke bewegungen in die eine oder andere richtung auf den weg gebracht sehen wie gesagt das spiegelt sich auch im volumen wieder ich habe jetzt hier einmal einmal die cues so ich habe die hier einmal mit volumen unterlegt so damit wir das auch mal real sehen wir sehen hier jahresbeginn 31 dezember den nehmen wir mal raus volumen legen wir einfach mal drüber so und jetzt können wir mal ganz kurz folgendes machen nämlich eine horizontale linie hier einzeichnen so und dann das gestrige volumen das ist dort in diesem bereich und dann können wir erkennen also gestern das war dieser volumenbalken hier können wir erkennen dass wir nur sehr selten solchen niedrig volatile niedrig volumen garnierte so nennen wir sie mal umfeld in diesem jahr zu sehen bekommen haben das letzte mal als wir eine derart unspektakuläre nicht nur volatilität sondern auch ein derart unspektakuläres volumen gesehen haben können wir erkennen war einmal hier kurz bevor es zu dieser ich nenne sie jetzt mal memstock saga kam mit gmi und co aber dann ganz besonders hier kurz bevor es dann mitte februar bis ende februar anfang märz volatil und der letzte schärfere pull in dem stattgefunden hat damals durch ein spike in zinsen auf der oberseite wir können das ganz kurz vielleicht ich guck mal eben ob das funktioniert ob der das macht ich hoffe jedenfalls us 10 year government bond yields naja ja sieht jetzt ein bisschen verrissen aus aber wir begannen das jahr also in orange jetzt mit den zehnjährigen zinsen wir begannen das jahr bereits mit einem mit einem push hier zurück über das ein prozent level und dann beschleunigte sich diese bewegung kontinuierlich eben bis wir austoppten hier irgendwo bereich um 1,6 1,7 prozent das war dann in der zweiten märz hälfte und dieser spike höher hier ganz offensichtlich korrespondiert also dieser schub auch entsprechend korrespondiert hier offensichtlich mit diesem mit diesem lack down eben in in dem fall im text sektor in queues eben und das ist dahingehend eben erwähnenswert weil natürlich jetzt aktuell erneut anziehen der zinsen sich widerspiegelt und wir uns die frage stellen müssen was passiert eigentlich wenn jetzt eine taper spekulation angestoßen wird und es dann zu dem spike in zinsen kommt das wahrscheinlichste szenario ist dass wir in ähnlich scharfen pull in zu sehen bekommen wir werden hier eben in mitte februar ende februar anfang märz zu sehen bekommen haben und das was eben in dem kontext auch von interesse ist und jetzt nehme ich den mal wieder raus so was in dem zusammenhang eben auch von interesse sein dürfte ist wie gesagt dass das mit dem volumen ähnlich sich darstellt also wir müssen das natürlich aufpassen wir haben eine erwartungshaltung wir haben den bias und jetzt suchen wir natürlich nach entsprechend unserer einschätzung unserer erwartungshaltung diese unterstreichende indikationen mindestens mal oder anzeichen die das irgendwie rechtfertigen dass wir zu diesem schluss kommen das muss man natürlich im hinterkopf behalten nichtsdestotrotz die anzeichen verdichten sich wir haben wie gesagt ein sehr sehr niedrig volatiles marktumfeld aktuell das wissen wir stichwort vwix also das heißt die volatilität auf dem volatilitätsindex in relation zum wix hat mittlerweile niveaus angenommen welche hier in der jüngeren vergangenheit damit einhergegangen sind stärkere spikes mindestens mal in der volat zu sehen zu bekommen wir sehen hier in diesem zusammenhang jetzt habe ich kein rsi drin liegen aber moment ich gehe mal ganz kurz hier hier habe ich noch nicht drin hier habe ich nur die atr drin und wir hatten gestern hier diese höheren hochs hatten wir im nahrsteig zum thema gemacht die da markiert worden sind die eine divergenz abzeichnen die darauf hindeuten dass es eine bärische divergenz gibt also dass das bullische moment um sich mindestens abzusprechen scheint wir haben eben wie gesagt diesen fundamentalen trigger wir haben saisonal ein sehr sehr schwaches umfeld august ist gemeinhin dafür bekannt eigentlich ein volatiles umfeld zu sein besonders der september ist dann historisch bekannt in equities grundsätzlich eher schlecht zu performen also da kommen einige punkte zusammen einige parameter die sich eben die sich eben kombinieren lassen zu einem bild welches eben kein besonders prosperierender ausblick hier in dem zusammenhang eben für equities skizzieren und ja das wie gesagt bedeutet unterm strich eben dass da vielleicht über kurz oder lang ein stärkerer flasch auf der unterseite stattfinden könnte nichtsdestotrotz für den heutigen tag wie gesagt ist das was wir hier im dax heute früh zu sehen bekommen haben wahrscheinlich wohl hatte ich schon das höchste der gefühle ich kann mir nur sehr sehr schwer vorstellen dass wir in irgendeiner form stärkere wohler in irgendeiner form in den markt kommen sehen jetzt stärkeres volumen mit ausblick eben auf die auf die auf die ausführung von jay paul dort morgen eben um 16 uhr das heißt also im dax dürfte es wahrscheinlich jetzt eher trist seitwärts weiter gehen ich hatte in diesem zusammenhang oder ich würde in diesem zusammenhang hier die 15.800er region gestrichelt als ich nenne sie mal inflection herausstellen also das bricht etwas anders formuliert ich würde sagen alles was darunter stattfindet unterhalb der 15.8 und wenn es nicht gelingt die 15.8 eben jetzt in dem fall deutlich zurück zu erobern nachhaltig zurück zu erobern ist eher short zu sehen so wie es aktuell ausschaut können wir dieses level einigermaßen halten wenn wir jetzt um dieses level herum pendeln sollten wir in diesem zusammenhang wahrscheinlich eher für heute wie gesagt die wohl hat bäume nicht in den himmel wachsen sehen rollen wir hier jetzt noch einmal über droppen wir noch mal unter den ema 50 auf fünf minuten basis könnte es vielleicht noch mal ein bisschen was auf der unterseite geben aber das setzt noch mal voraus dass eben die us-märkte auch mitspielen und davon ist ehrlich gesprochen eher nicht so auszugehen ich ganz ehrlich bin eben ausgehend von den von den jüngsten entwicklungen die wir zu sehen bekommen haben deutlichen indizien dass eben das interesse derzeit rückläufig ist und dass man sich eben auch offensichtlich diese ausführung von paul morgen dort in jackson hole am während seiner rede eben vorzubereiten scheint und auf die entsprechenden impulse wartet fakt ist aber auf jeden fall gucken wir mal hier fakt ist aber auf jeden fall einmal da kommen wir jetzt mal hier auf den t note future der ist invers korreliert zu us-zinsen also das bedeutet wenn der fällt dann ist das ein zeichen dass der zins steigt und umgekehrt wir haben es gerade gesehen in dieser orange schwarze linie der strich die linie die ging doch wieder relativ steil nach oben und wir konsolidieren hier oberhalb von 1,3 prozent was dann sicherlich auch erklärt wurde der abgabedruck in gold aktuell her kommt was wir hier erkennen können ist aber auf jeden fall ein austoppen gegen die 135 das schon seit geraumer zeit dieser kurze spike hier 19 juli bzw dann auch hier am 4 august jetzt rund vor drei wochen dieses dieses ausrollen gegen diesen bereich das ist zeitgleich eben auch man kann es hier erkennen das sind die die niedrigsten niveaus im zins gewesen die wir angelaufen waren seit februar und in diesem zusammenhang sehen wir jetzt eben dass nach diesem überrollen und diesem kurzen anziehen wieder es jetzt zu einem erneuten überrollen kommt in einem vielleicht sogar charttechnisch würden würde man vielleicht sogar sagen relativ wichtigen bereich um 133 punkte das bedeutet also was anders formuliert es scheint hier durchaus denkbar dass der bondmarkt sich hier derzeit darauf vorbereitet dass es einen restriktiven impuls gibt also zumindest würde ich die price action aktuell dahingehend interpretieren also wir haben ja schon diverse grafiken gesehen auch die umfragen zum beispiel die bank of america mary lynch zum beispiel gemacht haben wo wir gesehen haben dass man eigentlich eine spekulation eine spekulation eine andeutung einer reduktion der anleihe aufkäufe er am ehesten noch erwartet mit einer mehrheit haben auf der anstehenden festsitzung im september 22 aber in diesem zusammenhang ist es eben so dass wir dennoch also vielleicht gerade deswegen ein erhöhtes wohler potenzial eben haben weil der markt ist jetzt mit immer weniger wahrscheinlichkeit erwartet dass dort irgendeine rhetorik angeschlagen wird die einen tape an irgendeiner form zum thema macht und wenn man sich eben den bondmarkt hier an der stelle betrachtet wenn man sich dieses überrollen anschaut dann scheint man doch eher noch mal ein leg down hier in zinsen zu erwarten also beziehungsweise einen 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 bärischen impuls im im t note future der korrespondiert mit einem spike eben in zinsen auf der oberseite und wenn wir unter die 133 droppen würden dann wäre durchaus realistisch dass wir noch mal in gefilde um 131 und vielleicht sogar tiefer laufen also das sind durchaus wichtige level die wir hier an laufen also diese regionen sind nicht nur die jahrestief sondern die korrespondieren auch mit den ehemaligen hochs aus dem september 19 beziehungsweise hier oktober 19 und dann kurz bevor es dann arg volatil wurde am corona also beziehungsweise der spike auf der oberseite kam und die zinsen in die null gefilde im übertragenen sinne fast fast sich aufmachten es ist ebenso sollten wir diesen bereich hier unterschreiten dass dann durchaus noch mal potenzial bis 128 tics denkbar wird das wären dann zinsniveaus die uns bis gefilde um zwei prozent und darüber hinaus sogar katapultieren könnten wir sollten uns vor augen führen wenn wir schon eine derartige volatilität und jetzt kommen wir zurück zum zum dannerstag beziehungsweise dax aber wir wollen besonders den erste hier betrachten wenn wir uns vor augen führen dass wir schon alleine hier bei einem spike auf die aktuellen niveaus also das interessante ist natürlich vielleicht hat der markt also mittlerweile verarbeitet und gesagt naja wo ist denn ganzen ob jetzt der zins bei 1,3 prozent liegt oder bei in anführungsstrichen null prozent das hat auf die gewinnmargen quer steht die wachstumsaussichten der jeweiligen growth titel nur bedingt auswirkung und demnach war dieser kurze spike in zinsen dann zu beginn des jahres beziehungsweise im februar märz eben nur deswegen in der lage eine höhere volatilität zu begünstigen weil der markt das erstmal verarbeiten musste jetzt sind wir auf den gleichen niveaus im übertragen sinne angekommen wie eben noch zu zeiten im februar beziehungsweise märz als diese volatilität ist nur mit dem entscheidenden unterschied dass wir mittlerweile eben hier über 3000 punkte oder fast 25 prozent höher notieren also ausgehend von diesen tiefs aber fakt ist auf jeden fall dass alleine diese zinsniveaus in der lage waren eine derartige volatilität zu begünstigen und natürlich dann vor dem hintergrund der jetzt noch mal zugenommenen fallhöhe bei solch einem spike in richtung 1,6 1,7 beziehungsweise zwei prozent nicht dass ich jetzt erwarten würde aber man sollte so ein bisschen dieses szenario im hinterkopf behalten dass da natürlich dann die möglichkeit besteht auch diesen schärferen pull in eben in im nahrsteig auf den weg zu bringen also noch mal das würde jetzt nicht dramatisch irgendwie wie die wachstumsaussichten des growth bereichs irgendwie reduzieren ja so weit würde ich nicht gehen ich glaube das ist das ist ein bisschen zu pessimistisch skizziert aber es ist zumindest mal so dass wir natürlich im growth bereich ziemlich ahead of ourselves gelaufen sind also sehr sehr stark eben performt haben viel viel wachstum zukünftiges wachstum bereits eingepreist ist und dass jegliche andeutung eben eines vielleicht irgendwie gearteten restriktiveren geldpolitischen kurses eben dann entsprechend für stärkeren abgabedruck sorgen könnte ähnlich wie beispielsweise wenn ein growth titel hier ein weniger starkes wachstum eben in aussicht stellt also wir haben ja zum beispiel in dem zusammenhang die ein oder andere erinnert sich ja vielleicht die sogenannte full year guidance die zum beispiel ausgegeben wird von unternehmen gestern hat zum beispiel crm das war salesforce hier zahlen veröffentlicht und hier in diesem zusammenhang konnte man erkennen dass die zahlen nicht nur sehr sehr gut waren also top und bottom line geschlagen haben oder besser als erwartet worden sind also revenue und earnings per share bei der gänzend aber auch ergänzend hierzu eben entsprechend den revenue forecast angehoben haben also die wachstumsaussichten für die letzten monate diesen jahres beziehungsweise eben auch hier die full year 2020 revenue guidance angepasst haben also das heißt mehr umsatz erwarten ausgehen von den aktuellen entwicklungen die das unternehmen eben sieht in diversen geschäftsbereichen oder in seinem kerngeschäfts bereich so muss man es eher formulieren dass man in diesem zusammenhang eben das anpasst und wenn du das besonders bei einem wachstums die will hast der keine dividenden auskehrt also das heißt an dieser stelle in ein einzel titel hast der eben nur primär auf wachstumsaussichten fußt und diese wachstumsaussichten dann irgendwie stagnieren oder beziehungsweise rücksetzer gibt dann ist vieles von dem was man eben entsprechend eingepreist hat an zukünftigen wachstum eben bereits in der aktie sich widerspiegeln und das resultiert dann bei einem entsprechend eher enttäuschenden revenue guidance ausblick dass das dann eben dazu führt dass es zu einer korrektur bewegung kommt und das lässt sich eben aus diesem mikrokosmos ganz einfach oder zügig an auch auf den makrokosmos eben übertragen und das ist eben genau das oft oder dass das das was ich damit meine wenn wenn ich sage diese rally im tech bereich besonders die baut oft tönernen füßen vor dem hintergrund dessen was wir jetzt erwarten dürfen im hinweg auf die fett geldpolitik oder beziehungsweise das mehr an liquidität was in die märkte gepumpt wird durch nämlich diese zunehmenden inflationsdruck der einfachen restriktiveren geldpolitischen kurs nicht nur rechtfertigt sondern möchte fast vielleicht sogar sagen unausweichlich werden lässt und deswegen ist das ein ziemlich brisantes wir hatten ziemlich ziemlich brisantes brisantes umfeld in dem wir uns einfach wiederfinden wie gesagt bevor wir allerdings jetzt hier uns irgendwelchen spekulationen hingeben in welche richtung die kommunikation geht ob es überhaupt in dem volatilitäts push in irgendeiner form gibt oder sonst dergleichen würde ich einfach sagen wir sollten geduld halten lassen wir sollten an der stelle einfach abwarten was morgen geliefert wird und dann sehen wir entsprechend ab 16 uhr in den letzten handelsstunden bereits das der handelswoche was eben entsprechend der markt daraus macht und aufbauen darauf können wir uns über das wochenende dann schon beziehungsweise mit ausblick dann auf die kommende handelsbloche eben dann vielleicht noch montag früh können wir uns eben bild skizzieren welches dann eben entsprechende rückschlüsse zulässt wie wir das planen zu handeln eben tatsächlich und wie gesagt sollte es einen restriktiveren kurs geben wäre er der schub auf der unterseite eben in folge dieser zinsentwicklung eben zu erwarten so barber so hier der blick auf barber also wir hatten wir hatten die aktie zum thema gemacht hier an diesem tag beziehungsweise an diesem tag dann tatsächlich und ich hatte gesagt nachdem wir hier diesen 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 ja fast schon sellout gesehen haben und diese starke beschleunigung diese konstellation hier wo wir fünf handelstage in folge tiefrote kerzen gesehen haben eine massive übertreibung auf der unterseite mehr als eine halbierung des aktienpreises von den allzeithoos die noch hier im oktober markiert worden sind bei über 320 dollar 50 prozent down also tatsächlich in folge der gesamten entwicklung die wir in china zu sehen bekommen zunehmende regulierung in diesem zusammenhang beziehungsweise auch den konflikt der sich dort abzeichnet zwischen dem ceo von alibaba jack ma beziehungsweise dann auch den verzögerten börsengang von alipay beispielsweise nachdem alibaba beziehungsweise querstrich ceo jack ma dort die die chinesische regierung eben im betrangigen sinne im hinblick auf finanzdienstleistungen beispielsweise kritisiert hat und so weiter und so weiter all das hat dazu beigetragen dass die aktie sich eben schon seit geraumer zeit jetzt hier in so einem starken abwärtstrend eben widerspiegeln oder wiederfindet aber jetzt haben wir es eventuell so ein bisschen übertrieben in anführungsstrichen und demnach kam es hier zu diesem bottoming out gegen die 150 auch unter entsprechend stark zunehmendem volumen also vielleicht noch mal ganz konkret also was man hier erkennen kann ist dieser massive anstieg des volumens in diesem bereich also starke beschleunigung auf der unterseite panik modus im übertragenen sinne möchte man das vielleicht sogar ein bisschen nennen dieses stark anziehende volumen und dann sehen wir eben diese starke reversal hier das war am 23 august also wir haben heute den 26 das haben wir montag gesehen und dann haben wir eben diese starke gegenbewegung gesehen und dann am dienstag hatte ich dann gesagt gucken wir mal das sieht eher danach aus als wenn wir jetzt einen kurzfristigen boden gefunden haben hatte in dem zusammenhang ein set up formuliert gehabt wo ich sagte wenn wir uns oberhalb von 160 halten können an dieser stelle ist ein drive zurück in richtung der 170 eventuell sogar ein bisschen höher noch hatten blöderweise blöderweise ist es dann bereits mit einem gap up der art gewesen erinnert euch vielleicht noch dran schaut euch einfach mal die aufzeichnung des morning meetings von von dienstag früh an ich hatte dann in dem zusammenhang die aktien auf den schirm geholt wir hatten schon einige analysen gemacht und dergleichen dann muss die vorbörse angeguckt und haben dann in den ersten tics schon bereits gesehen dass wir eben hier im bereich um 170 offensichtlich eröffnen und ja also dieser bereich die 170 die hat auf jeden fall gehalten werden können das war am dienstag dann also dieser bereich hat gehalten werden können sondern auch nun drive über die 170 ich muss sagen an dieser stelle ich habe die aktie für den tag dann tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt weil cav technisch das nicht besonders attraktiv aus also nicht mehr attraktiv aus einerseits kannst du zwar ein szenario skizzieren und das kann man hier am daily kann man das glaube ich ganz gut erkennen du kannst zwar ein szenario skizzieren wo du einen lauf in die hohen 170er bis in den bereich um 180 erwartest also auf ein solches initiales bauen von solchen initialen bauen es ist allerdings die sache die du hast hier eine aktie wo du dann mit einem mit einem stop arbeitest in der größenordnung von etwas mehr als einem dollar eventuell und da musst du dir dann schon die frage stellen habe ich hier wirklich noch zur eröffnung potenzial wenn wir im bereich um 169 eben eröffnen habe ich da wirklich noch so viel potenzial auf der oberseite oder ist das nicht ein bisschen sehr großzügig gerechnet dass wir das jetzt in einem schub eben hier auf der oberseite eben tatsächlich zu sehen bekommen dass ich ein cv bekomme welches mindestens 3 zu 1 eher größer ist demnach habe ich das wie gesagt ein bisschen stiefmütterlich hier tatsächlich beobachtet was da stattgefunden hat mein fokus am dienstag die action war jetzt nicht besonders imposant wo mein fokus der lag dann tatsächlich eher auf amd an der stelle ist allerdings auch nicht so wirklich angesprungen und jetzt kommt natürlich so ein bisschen die frage auf was was kann man jetzt gerade daraus machen beziehungsweise wie stellt sich das bild denn weiter da tatsächlich identisch zu dem ausblick den wir schon am montag hatten beziehungsweise am dienstag früh dann an der stelle das heißt also die wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise die 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 es ist durchaus denkbar realistisch dass wir eben in diese higher 170 laufen also in dem bereich 175 bis 180 vorstoßen wo sich allerdings jetzt natürlich die frage stellt wie könnte man das denn entsprechend eben traden beziehungsweise welche level gilt es denn da in diesem zusammenhang hier zu berücksichtigen und ich würde sagen was ich gerne sehen wollen würde um hier nach diesem jetzt erfolgten gestern erfolgten kleinen pullen schwächere vorgaben hier entsprechend noch mal der rutsch unter die 170 ich würde gerne sehen dass wir die 170 zurück erobern oder beziehungsweise vielleicht sogar ein stück weit höher vielleicht können wir sogar auf die 171 gehen oberhalb der wir uns stabilisieren und konsolidieren können dann oberhalb von von wewop an der stelle halten also das heißt der volumengewichtete durchschnittspreis und dann könnte ich mir vorstellen dass wir mit einer mit einer dann stabilisierung oberhalb und halten dieses bereiches eventuell diesen diesen push in richtung der der 175 bis 180 regionen 177 eventuell so als ziel mit 171 öffnen eine ate höher 177 178 scheint dann da durchaus ein kalkulierbar sein einzukalkulieren dass wir dann in diese gefilde vorstoßen was uns dann auch ein attraktives chv eben geben würde allerdings ist an dem stelle natürlich berücksichtigen dieses er sich übergeordnet eintrübende bild also das muss sich erstmal so natürlich manifestieren aber das würde ich im hinterkopf behalten das bedeutet also da wo wir haben besonders das naja ich will jetzt jetzt nicht ich will jetzt nicht falsch verstanden sehen aber wo wir einen relativ einfachen trade hatten in folge dieser massiven übertreibung und dann auch hier dieser rückerobung von wewop stabilisierung oberhalb und entsprechend der push in verbindung mit diesem gleichzeitig stattgefunden sehr starken lauf den wir im hashtag zu sehen bekommen haben mit neuen allzeithoos der dann auch zum beispiel in amd auch eine sehr sehr starke aufwärtsbewegung nach sich gezogen hat dieses übergeordnete markt gefällt was einfach sehr sehr günstig war und wie gesagt was dann besonders eben so ein scharfes reversal hier in barber nach sich gezogen hat dieser so so ein in anführungsstrichen einfachen trade oder so einen klaren trade so einen sauberen trade an dieser stelle mit klaren leveln den werden wir wahrscheinlich in diesen gefilden jetzt hier nicht mehr bekommen also wie gesagt selbst das hier mit der 171 das wird jetzt den ein oder anderen vielleicht überraschen wird sagen hat er nicht gerade gesagt dass das eigentlich chv technisch unattraktiver wird das ist ein anderer kontext tatsächlich weil wir kommen genau auch ausgehend von diesem gap ab in diesem bereich an in einer linie nach oben gezogen und was wir jetzt eben hier mittlerweile oder zwischenzeitlich zu sehen bekommen haben gestern eben ist dass wir zunächst einmal einen kleinen rücksetzer nochmal in richtung dieses gaps zu sehen bekommen haben dass wir hier aufgemacht hatten am dienstag früh aber dieses geld nicht vollständig geschlossen wird also wir können sehen hier dieser bereich um 166 der wird offensichtlich gehalten beziehungsweise diese region hier um den ehemaligen widerstandsbereich gegen den wir dann nach unten abgerollt sind das war letzte woche am freitag beziehungsweise hier letzte woche am donnerstag den können wir eben tatsächlich halten wir können nahezu 50 prozent dieses gaps halten und das ist das ist ein durchaus positives signal was jetzt die wahrscheinlichkeit erhöht das sollte es zu dieser rückeroberung dann der 170 querstrich 171 kommt dann ein weiterer durchmarsch in richtung eben daher 170 erwartet werden könnte was eben dann die wahrscheinlichkeit höher gestaltet an der stelle dass wir ausgehend von diesen kursniveaus diese gefilde anlaufen was cav technisch wiederum dann ein trade rechtfertigen würde ja so dass das also zu barba wie gesagt um zu entscheiden ob das ein attraktives play ist für mich ist da immer eine kennzahl eben in diesem zusammenhang das das pre-market volumen das vielleicht noch mal ganz kurz hier sprich ich möchte gerne sehen dass wir mindestens zehn prozent des durchschnittlich gehandelten volumens in der vorbörse bereits gehandelt sehen durchschnittlich werden da hier 20 millionen ein rund 21 millionen stücke gehandelt gestern wieder etwas oberhalb dieses niveaus aber verhältnismäßig niedrig im vergleich zu dem was hier stattgefunden hat was sich natürlich ins gesamte übergeordnete bild einfügt also was ich in der vorbörse gerne sehen wollen würde ich gehe jetzt nicht davon aus dass ohne entsprechenden externen trigger fundamental game changer news wie auch immer geartet dass hier dass das volumen deutlich in richtung zehn und drüber prozent eben ansteigt aber ich möchte nach möglichkeit irgendwas sehen im bereich zwischen 800.000 bis eine millionen gehandelte stücke in der vorbörse ich gucke mal ganz kurz wie viele es gestern waren ich hatte barba nämlich tatsächlich kurz auf dem schirm habe mich dann aber hauptsächlich auf die ks konzentriert also dicks den den sportartikel hersteller kurz noch ein blick habe ich das jetzt hier einen augenblick hier einen moment ich gucke mal kurz gestern waren es etwa eine halbe million stücke die gehandelt worden sind in der vorbörse also halbe million stücke wie gesagt das war nicht wirklich heiß an der stelle es war okay es war im bereich haben dass das akzeptablen das ist ungefähr drei bis vier prozent des durchschnittlich gehandelten volumens aber heiß ist es nicht heiß war im gegensatz dazu eben die ks die ks dicks hat gestern normalerweise wenn der eine 1,6 1,7 millionen stücke pro tag gehandelt hier dicks hat gestern in der vorbörse schon über 600.000 stücke gehandelt gesehen also nahezu ein drittel dessen was durchschnittlich gehandelt würde und hat auch für den gesamten handelstag 17 millionen stücke gehandelt gesehen und hat unter riesenvolumen hier also in relation letztes mal dass wir solch einen volumen spike gesehen haben das war beim letzten earnings report also wie gesagt eine aktie die die potenziell eben rund um die earnings offensichtlich immer heiß ist und dann haben wir eben hier so ein ja wie bezeichnet man das evening star glaube ich in der kennenzick theorie ausgezeichnet das heißt also wir sind noch mal kurz zur eröffnung auf der oberseite gelaufen haben dann aber im bereich der tagestiefs geschlossen potenziellen kandidat besonders vor dem hintergrund eben dass wir seit jahresbeginn hier schon über 100 prozent gelaufen sind unglaublich extensiert sind auf der auf der auf der oberseite dass das eventuell ein kandidat ist der jetzt mal teilweise zumindest versucht vielleicht dieses gap zu schließen und das könnte durchaus interessant sein selbst wenn wir nämlich nur bis in die gefilde um 122 vielleicht 125 droppen würden könnte das aber durch das verhältnismäßig durch verhältnismäßig engen stops mit den hier in dieser aktie arbeiten kannst von roundabout einem dollar bis 120 ungefähr könnte das auch cav technisch und ziemlich attraktiver trade sein also durchaus eine aktie die man auf dem schirm haben sollte ich habe die aktie gestern ich hatte kurz mal versucht von der schwarzeite zu traden hat nicht gut funktioniert also das markt und man kann es ja hier kennen war nicht besonders sauber mein versuch der konzentrierte sich also ich hatte gestern schon diesen rollover gedanken so will ich die mal bezeichnen kurz mal moment mal mir fünf minuten eine minute das ist ein minuten chart und den nehme ich mal hier aus den kollegen den brauche ich nicht so also da kommt wie gesagt dieses massive gap ab beziehungsweise ganz kurz mal einen augenblick ich mache mal parallel noch dazu hier habe ich habe ich gar nicht okay okay einen moment dann muss ich das muss ich das anders machen einen moment nehmen wir mal hier die betrachtung aus der discord community so da hatte ich das gestern gepostet gehabt ich hatte das gar nicht hier hier retweetet gehabt also ganz kurz der link also wenn ihr link haben möchte leute einladen wartet mal ich mache mal eben hier einladungslink bearbeiten so maximale keine mit neuen link generieren nutze die kopier schaltfläche okay ich habe kopiert so ein augenblick stelle ich mal hier ein ein augenblick discord warum er michael barry warum der langfrist anleihen shortet naja wahrscheinlich weil er darauf aus darauf spekuliert an dieser stelle dass es eben bei einem anhaltenden inflationsdruck zu spikes in zinsen kommen wird und dann desto länger die duration der anleihe desto sensibler reagiert die auf entsprechende spikes in zinsen also sprich etwas anders formuliert wenn du wirklich von einem von einem spike in der inflation und folgerichtig von einem spike in zinsen ausgehst dann hast du eine deutlich aggressivere reaktion am langeren ende der zins kurve also beziehungsweise auf 30 jahre betrachtet und also erstmal sehr plump formuliert er kriegt einfach für für solch ein 30 jahre treasury short kriegt er einfach den biggest bang for the buck das ist das wird das wird die motivation dahinter sein daran spiegelt sich ja auch also diese inflationserwartung von burry spiegelt sich ja auch wieder in seiner erwartungshaltung im bezug auf beispielsweise arc oder 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 tesla seine shorts in dem bereich in diesen growth also growth etf arc innovation von von katie will beziehungsweise tesla ist dann etwas was hier in diesem zusammenhang der haupttreiber hauptspekulation diesbezüglich sein wird ja also hier zu den zu den dicks sporting goods wie gesagt also eps 5 dollar also irgendwie special gewinn pro aktie 5 dollar 8 gegen 2 dollar 70 fast 100 prozent drüber sales 3,27 milliarden gegen 2,82 erwartet besonders die full year guidance die man jetzt hier angepasst hat absolut crazy also wirklich mega wachstumsausblick 12 dollar 45 bis 12 dollar 95 also nahezu fast hier an der stelle 30 prozent oberhalb dessen was erwartet worden ist sales in diesem bereich ebenfalls die die guidance verkäufe ebenfalls nach oben angepasst aber jetzt kommt genau der punkt also das sind wirklich crushing numbers das sind wirklich richtig richtig starke earnings aber die aktie ist eben auch schon massiv gelaufen in diesem zusammenhang und sieht sehr 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 stark extensiert eben aus und das hat mich dazu veranlasst wie gesagt dieses gap up was wir hier zu sehen bekommen haben das eventuell als als potenzielles exhaustion gap zu interpretieren aber ich schorte da nicht einfach blind rein sondern was ich an der stelle sehen möchte ist dass mir dann auch ein signal seitens des marktes geliefert wird und haben dieses signal habe ich nicht sofort potenziell zur eröffnung bekommen also wir haben hier zwar so einen leichten rollover in diesem bereich gesehen aber ich betrachte das dann in relation zum zum volumengewichteten durchschnittsbereich also zum wibop hier und wenn wir unter den droppen und den dann nicht zurück erobern können dann ist das für mich ein zeichen dass wir potenziell jetzt in top drin haben und er dann in den korrektur modus gehen also dass die verkäufer im übertragenen sinne dann hier anfangen die kontrolle zu übernehmen und also wir sehen dann eben hier diesen pop zurück in den in den wibop kurzer flasch drüber und dann sofortige rejection das hat mich dazu veranlasst dann hier gegen diesen bereich zu shorten wo das woher ich muss noch mal gucken 131 20 glaube ich war der film oder irgendwie sowas in dem bereich mit einem stop oberhalb hier der 132 also ich bin rund mit einem dollar risiko auch basierend auf der atr am gerechtfertigt in den trade reingekommen man sehen wir eben dieses überrollen was ich an der stelle gerne sehen möchte ist dass wir eben in richtung und unter die 129 laufen und das hat leider nicht funktioniert sondern der markt der drehte dann eben beziehungsweise der hielt die 130 und poppte dann hier zurück über den über den wibop und ich bin dann eben entsprechend ausgestoppt worden jetzt wäre im nachgang so ein bisschen die frage was könnte ich da besser machen ist es überhaupt nötig gewesen den hier dann in den stop laufen zu lassen hätte ich nicht schon nachdem wir hier über ein dollar dann mit der aktie gelaufen waren hätte ich nicht im stop of break even trailen sollen das problem wäre in dem zusammenhang gewesen besonders wenn du dann das tape so ein bisschen betrachtet hast oder beziehungsweise die aktie generell du hast gesehen die ist verhältnismäßig auch spready könnte man sagen also relativ breiter spread das lässt sich auch daraus abschließen dass im schnitt eben nur 1,7 million stücke gehandelt werden das war jetzt gestern nicht so ein problem weil wir eben durch die earnings und das reinkommende volumen an dieser stelle eben genügend liquidität vorhanden hatten und der spread verhältnismäßig eng war aber dennoch hat man das im charakter einfach gemerkt und dann wenn du den stop dann hier auf break even trails dann hast du das risiko dass wir eben kurzen spike nach oben sehen so wie hier dann in dieser kerze das war ja kurz vor fünf war das und war 16 54 so ungefähr da wirst du dann aus dem aus dem trade herausgepeakt und siehst dann aber erneuten roll over hier zurück noch mal in richtung der 130er region und das wäre natürlich mega ärgerlich gewesen du du bist einfach zu aggressiv mit dem stoppt wirst dann rausgeholt und dann siehst du tatsächlich da in der trade hypothese sich etablieren deswegen habe ich den markt hier ein bisschen mehr luft gelassen an der stelle wie gesagt kleiner verlust gewesen ich hatte auch nicht eine full position size irgendwie also sondern ich habe das relativ moderat erst mal versucht anzugehen auch eben durch dann entsprechend die stop weiter und so weiter aber hat nicht funktioniert allerdings ist wie gesagt der gedanke weiter gegeben denn wir haben dann auch wenn es hier nicht wirklich zu einem abkippen kam aber wir haben im bereich dieser tagestiefs und dieser 100 29er region eben tatsächlich den tages am schluss eben gesehen und dann das sorgt jetzt eben dafür dass hier natürlich die möglichkeit beginnt zu erwachsen dass sich aus chancen risiko verhältnisse technischer perspektive eventuell ein short play mit teilweise im gap close mindestens vielleicht herauskristallisiert was man dann sehr v technisch eventuell handeln kann also das ist auch so ein titel potenzieller titel hier den man heute auf dem schirm haben sollte wo wir eben zwar gestern nicht den abgabedruck gesehen haben aber der sich vielleicht heute beginnen könnte zu manifestieren aber auch hier wichtig auch hier ist es handelt sich um eine aktie an der stelle oder generell um das aktienumfeld derzeit was ein sehr sehr niedrig volatiles und niedrig volumen getragenes umfeld findet mit ausblick auf j paul morgen also das bedeutet das anders formuliert du hast hier an dieser stelle eventuell nicht unbedingt die günstigsten markt bedingungen ja also es lohnt sich die aktie auf dem schirm zu haben aber ich würde das nicht super aggressiv traden weil es durchaus hier ein ziemlich tristes treiben geben könnte ähnlich wie den gestrigen handelsverlauf dann erst eigentlich ein deutliches deutlicher push unter die 129 mit deutlicher konsolidierung unterhalb vielleicht ein starker opening drive wäre ein indiz dafür dass ich hier dann die diese korrektur losgelöst vom breiten markt eben tatsächlich widerspiegelt und da mehr volumen vielleicht reinkommt so dass du die ks haben wir noch was xpev heute potenzieller kandidat direkter konkurrent von tesla das noch mal gucken wie sich wie sich das präsentiert ich hier ganz kurz einmal der blick xpev ist xpeng also electric vehicle anbieter aus china an dieser stelle der heute vor der markteröffnung zahlen veröffentlicht mal gucken ob dort die die der growth ausblick bestätigt wird wir wissen halbleiter im shortage beispielsweise also semiconductor shortage im halbleiter bereich davon hat der gesamte hat die gesamte automobilindustrie eben der entsprechend zu knabbern könnte durchaus sein dass das haben hier negativ in irgendeiner form sich auf dann die nicht nur zahlen insgesamt für das jetzt dann zweite quartal auswirken sondern auch für die delivery numbers in der näheren zukunft dass da entsprechend eben dieser growth ausblick sich nicht so bestätigt sieht auf der kehrseite wenn wir uns da losgelöst von präsentieren können könnte es sein dass eben xpev hier einen starken drive zu sehen bekommt der uns über die 41 vielleicht sogar führt das dahingehend halt interessant weil wenn wir oberhalb der 41 eben hier eröffnen würden das ist auch der bereich um die hochs von gestern wie man es hier erkennen kann also es ist auch ein minutenschart wenn wir oberhalb hier der 41 eröffnen und oberhalb dieser auch entsprechend uns stabilisieren konsolidieren können könnte das der bewegt könnte das eine bewegung nach sich ziehen den stärkeren push da noch mal vielleicht in den kommenden tagen nicht zwangsläufig heute wie gesagt da gibt es obergeordnete markt und fällt das nicht her aber vielleicht in den kommenden tagen noch mal in richtung der oberen range begrenzt die sich hier ausgebildet hat eben nach sich zieht dass wir uns ein gewissen gefilde um 45 46 dollar eventuell orientieren und ja vielleicht mit verhältnismäßig kleinem risiko in solch ein trade hinein kämen wenn wir uns vor augen führen aktuell liegt die atr 22 bei etwa zwei dollar 50 das bedeutet also etwas anders formuliert du kommst hier mit einem 20 prozent atr stop mit round about 50 cent risiko rein potenziell also sehr grob gesprochen das hängt natürlich von den marktbedingungen insgesamt ab aber das ist etwas was im crv technisch dann auch am expert hier heute durchaus interessant werden lassen könnte also auch wenn der wirtschaftssalenkalender dünn ist auch wenn eben wie gesagt hier das übergeordnete bild sich nicht so spektakulär darstellt mit ausblick auf paul morgen haben wir dennoch mindestens zwei einzeltitel jedoch ganz interessant anmuten also expert auf jeden fall mit den earnings heute und wie gesagt die ks vielleicht für einen second day play durch den schwachen tageschluss gestern als für mich schwachen tageslust die aktie auf tagesbasis eben ausgehend von diesem gap up natürlich ein großteil dieses gaps verteidigen können und mehr als zehn prozent im plus geschlossen deswegen das schwache tageschluss vielleicht ein bisschen großzügig aber bezogen auf die intraday price action so gold müssen wir natürlich noch einen blick darauf werfen weil es hier nämlich aktuell immer schwerer zu fallen scheint gegen diesen potenziellen longtrigger aufzudrehen so kommt man noch ganz kurz hier fragen reingekommen also hier ist der der pull in nach dem ausbruch hatten wir ja zum thema gemacht und dieses diese region hier diese blau farben linie hatten wir als möglichen longtrigger um 1790 us dollar pro feinunze eben hatten wir uns ausgeschaut gehabt stopp 775 also bis jetzt noch nicht gestoppt worden aber du willst natürlich gegen diesen bereich jetzt langsam auch ein aufdrehen sehen und desto näher wir an jay paul rankommen desto ja desto 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 unsicherer in anführungsstrichen wird das natürlich das umfeld beziehungsweise das ist so ein wandeln auf der rasierklinge im übertragenen sinne du würdest gerne vorher schon eine entsprechende reaktion sehen dass du vielleicht auch das risiko schon teilweise rausbekommt erinnert euch dran wie gestern gesagt gegen diesen bereich hier 97 wenn wir gegen den uns long positionieren kurzer pop zurück in richtung der 1800er region für kleine teilgewinn mitnahmen vielleicht um das risiko teilweise rauszubekommen ja nunmehr nunmehr ist eben dann hier der flasch in den nachmittag hinein hat dann stattgefunden durch eben diesen spike in den zehnjährigen zinsen auf der oberseite über 1,3 prozent zurück jetzt driften wir zurück in richtung dieser tiefs wenn ich jetzt ehrlich gesagt eine wette abschließen müsste oder wenn man mich zwingen würde eine aussage zu treffen würde ich sagen die wahrscheinlichkeit dass wir hier nochmal diese tiefs der konsolidierung anlaufen und auch unterschreiten scheint mir verhältnismäßig hoch und in der konstellation ist es eben so dass dann es eher wahrscheinlich scheint dass wir nochmal den bereich um 1750 anlaufen und wie gesagt dann die na wie heißt es denn die karten neu gemischt werden im ausblick eben auf die ausführung von jay paul morgen alles was die gesagt taper beinhaltet in irgendeiner form dahingehend interpretiert wird seitens des marktes spikes in zinsen nach sich zieht ist etwas was potenziell hier gold eher unter druck hält also derzeit können wir wieder deutlich erkennen die korrelation hier an der stelle zwischen zwischen gold also negative korrelation zwischen gold und zinsen spike in den zinsen höher ist er abgabedruck auf gold und sofern sich diese bewegung in zinsen weiter auf der oberseite beschleunigt wie gesagt wird sich auch hier er der abgabedruck auf gold noch mal eher intensivieren ob das beziehungsweise wohin er uns führt mal gucken vielleicht können wir dann die region um 57 halten das wäre ein ganz interessantes signal auf jeden fall weil ich diesen bereich sowieso pi mal daumen als als potenzielle inflection ausmachen gemacht hätte oder habe eben post auch dieses pushes hier nochmal dieses flash crash in richtung der jahrestiefs also das heißt wenn wir die 57 dann halten können und es gegen diesen bereich stabilisieren hätten wir vielleicht cav technischen ganz interessanten bereich gegen den wir uns mittelfristig long positionieren können mit ziel 8 30 und bruch höher und sind stops dann unterhalb der 6 80 also der aktuellen jahrestiefs weil wir hier ein ganz klares signal hätten eben entsprechend dass es das ist noch weiter ab jetzt gehen könnte beziehungsweise dass das bild in gold offensichtlich sich nicht bullisch in irgendeiner form darstellt hinweis auf den auf den v wix auf die zweite ableitung vom wix also die volatilität auf den volatilitäts index das ist ein interessanter hinweis weil der ist nämlich also hier ist der der cfd auf den wix den ihr bei markets traden könnt dieser 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 vorweg der ist aktuell auf niveaus gefallen oder gefallen gestiegen je nachdem aus welcher perspektive man sich das anschaut welcher in der vergangenheit mindestens mit kurzfristigen tops korrespondiert ist das ist eine ganz interessante betrachtung weil das könnte nämlich ebenfalls noch ein zusätzlicher indikator sein neben eben dieser dieser volumen betrachtung gerade dieser die wir ganz die wir sehen und diesen diesen potenziellen makro ökonomischen trigger eben durch jay paul dass wir dass wir auch hier aus der perspektive eher chancers risikoverhältnis technisch auf der oberseite unattraktive gegebenheiten aktuell vorfinden dass es eher interessant scheint vielleicht kurzfristig antizyklische trades anzustreben mit mit entsprechendem pull in potenzial so bitcoin bitcoin da noch mal hier ein blick drauf so der wiko also die linien haben wir drin gelassen demnach hier dieses szenario das ist jetzt ein sehr interessanter bereich den wir anlaufen weil als potenziellen long trigger bereich schon identifiziert schon vor und ist donnerstag wahrscheinlich dienstag haben das gemacht dienstag montag dienstag auf jeden fall und jetzt stellt sich ein bisschen natürlich die frage wie würde ich das aus diesen gefilten eben tatsächlich hier traden ziehen wir noch mal eine linie rein was ich jetzt sehen wollen würde wenn wir jetzt sind schon übergeordnet so wenn wir den jetzt schon entsprechend übergeordnet identifizierte an diesem bereich wir sehen grundsätzlich ein sehr stark bullisches umfeld sicherlich einerseits stark extensiert auf der oberseite auf der kehrseite aber auch die vergangenheit dafür bekannt dass solche solche runs dann in bitcoin beispielsweise sich eben entsprechend weiter fortsetzen können wir haben in dem bereich die 50.000er marke als als orientierung auf der oberseite oberhalb derer wir weitere bullisches momentum erwarten können welches uns wie gesagt ein bisschen gefällt um locker 55.000 eventuell sogar zurückführen könnte dann sehen wir eben hier identifikation auf der stunde steigen hoch steigende tiefs aufwärts trend ich mal gucken hier ganz kurz können wir das vielleicht auch machen schlecht also auch aus der perspektive finden wir eine trendlinie hier die die deutlich signifikant sich erstreckt seit nur mehr einem monat also die preis action seit einem monat auf stundenbasis ganz gut einfängt also in diesem bereich setzen wir hier untere aufwärts kanal begrenzung wir sehen ehemalige hochs also man bezeichnet das glaube ich technisch ganz klassisch als sogenannte kreuz unterstützung der die da angelaufen wird und ich glaube cav technisch für ein long play durchaus von interesse aber weil wir auch ein klares level haben gegen das wir riskieren also durch nämlich diese technische konstellation jetzt kommen wir nämlich in die untergeordnete ebene ich nehme die linie jetzt mal hier raus nicht dass es dazu verwechslung kommt also das ist eine andere trendlinie die ich jetzt hier kurzfristig eingezogen habe wenn ich jetzt bitcoin aktuell handeln sollte würde ich bitcoin von der long seite treten wir sehen auch wenn es kein dynamischer break aus diesem oder über diese trendlinie ist es auch zumindest ein bruch dieser dieser trendlinie wir konsolidieren oberhalb eines hier ausgebildeten tiefs um 46.500 und diesen bereich könnte man glaube ich legitim jetzt für eine long idee in betracht ziehen stop unterhalb dieser tiefs also 46.500 pi mal daumen und spekulation dass wir gegen diesen bereich stärker wieder aufdrehen um dann darauf zu spielen dass wir noch mal in richtung der 50.000er region eventuell sogar da wie darüber hinaus tatsächlich laufen also meiner einschätzung nach aktuell interessanter bereich für bitcoin long mit einem deswegen alleine interessant weil wir wissen wo wir falsch sind das ist die 46.500er regionen machen wir hier tiefere tiefs wissen wir dass das der trade falsch ist wir sehen dann in dem zusammenhang eben auch diesen bruch dieser trendlinie die ich jetzt hier gerade eingezeichnet hatte da willst du dann an dieser stelle auch eher nicht mehr long sein eben also wir haben klares level gegen das wir riskieren wir haben nach wir haben nach oben entsprechende orientierung mit der 50.000er region eventuell sogar höher kommst mit 500 dollar pi mal daumen in den trade risiko rein und sie ist auf der oberseite eben eventuell dann diesen diesen push wie gesagt in richtung 50.000er gefilde aus den derzeitigen gefilden das 3.000 dollar potenzial ist schon sektiv von 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 6 zu 1 plus eventuell nämlich in erwartung dass es sogar zu einem break höher kommt der uns dann wie gesagt bis 55.000 führen könnte also da gibt es sicherlich ist durchaus durchaus interessant in dem zusammenhang sicherlich sich da mal ein bisschen näher mit auseinanderzusetzen mit dem mit dem aktuellen gefilden in dem wir eben tatsächlich am handeln sind so also das zu gold das zu bitcoin das zu equities das zu einzeltiteln indizes haben wir auch dax jetzt doch noch mal unter die 15 8 noch mal zurück unter den ema gerutscht noch nicht noch nicht irgendwie dramatisch mal gucken wie gesagt wir sollen auf die us-märkte warten von denen sollten wir keine impulse erwarten an der stelle inflection bleibt die 15 8 also wenn wir drunter bleiben ist das bild eher short und er noch mal begünstigt hier einen retest der vor wochentiefs um 6 50 ungefähr dem bereich allerdings ist das wahrscheinlich vor paul tatsächlich das höchste der gefühle und dann post paul sicherlich ein break denkbar wenn dann entsprechend die rhetorik interpretiert und dergleichen aber man sollte hier wie gesagt jetzt trendtechnisch nicht unbedingt an der stelle hier die die wohler massiv anziehen sehen oder beziehungsweise stärkere trends sich etablieren sehen also wie es mal eventuell eher formulieren noch mal ganz kurz final der blick vielleicht hier auf den devisenbereich nicht dass das irgendwie trading technisch interessant wäre aktuell aber zumindest mal tun wir uns offensichtlich bei dieser gegenbewegung hier schwer eine deutliche rückerbung der 1 18 auf den weg zu bringen gegenbewegung ja also das abwärtsmomentum ist aktuell auf jeden fall erst mal zum zum erliegen gekommen aber nichtsdestotrotz gelingt es eben nicht hier das bild irgendwie aufzuhellen was wie gesagt erst mit rückerbung der 1 18 eigentlich stattfinden würde mal schauen in welche richtung morgen die kommunikation wie gesagt seitens der fed geht auch die hat natürlich potenzielle auswirkungen auf den us- dollarn das sollte klar sein alles was in irgendeiner form einen weiteren geld politisch unveränderten status quo eben beinhaltet keinerlei taper zum thema macht keinerlei sorgen in irgendeiner form im hinsichtlich irgendwelcher delta varianten oder oder corona mutationen beinhaltet was was in irgendeiner form eben hier was ist beinhaltet verzeihung was ist beinhaltet was eben eine weitere geldpolitische lockere geldpolitik der fed rechtfertigt oder ausgehend von diesen aussagen von paul ableiten lässt ist er us dollar bearish dann würde es mit der rückerbung der 1 18 realistisch wenn wir auf der kehrseite eben diese taper spekulationen sehen die sich vielleicht noch nicht mal ausgehend von der gewählten rhetorik paul sondern einfach nur infolge der erwartung des markt umfeldes beginnt zu etablieren haben wir in dem kontext dann sicherlich einen weiteren grund davon auszugehen zinsen spiken zu sehen us dollar sollte ausgehend hiervon von einem sich eher zugunsten des us dollar ausweitenden zinsdifferenzials attraktiveren umfeldes eben sollte der us dollar eher aufschläge sehen und dann gegen diesen bereich erneut abrollen das wäre dann technisch gesprochen ein überrollen gegen diese diese natten linie nach dem retest wie gesagt ziel dann die 1 16 region beziehungsweise auch break tiefer denn den us dollar stärker unter druck bringen könnte und diesen eingeschlagenen trend der jüngeren vergangenheit hier so ganz relativ gut erkennen dass wir von links oben nach rechts unten laufen dass wir diesen trend hier im euro s dollar eher auf der unterseite weiter fortschreiben so ja das wäre es nunmehr meinerseits tatsächlich gewesen für heute also wenn euch das video gefallen hat abonniert gerne kanal bzw lasst gerne ein like hier kommentiert gerne also wie gesagt fragen jederzeit zu jedem markt gerne auch unterhalb der videos am stellen ich würde mich freuen eure fragen dort beantworten zu dürfen und ja vielmehr gibt es meinerseits nicht zu sagen außer happy trading passt auf eure stops auf wir hören uns morgen wieder zum morning meeting dann um 10.30 gemeinsam mit markets wirken wir nochmal auf die dann rede von jackson pole in nee auf dem symposium in jackson hole und was da kommentiert wird vielleicht gibt es noch mal neue erkenntnisse wobei wir es glaube ich haben jetzt vor und rückwärts und hin und her durchgekaut eben tatsächlich das dient vor allem jetzt an erster stelle dem komplett intensivieren und entsprechend der möglichkeit dann auch game plans zu formulieren für sich für sein portfolio eben auch so was ich tue wenn das und jenes passiert eben entsprechend und ja schauen wir einfach mal wie gesagt vielleicht gibt sich was ergibt sich was in dks aktie habe ich wie gesagt heute auf jeden fall noch mal ein bisschen auf dem schirm für mögliches wie diesen teilweise gap close an dieser stelle und das also meinerseits happy trading passt auf die stops auf wir hören uns morgen wieder zum morning meeting 10 30 ich freue mich drauf habt euch wohl macht's gut bis dann